mach dich bereit auf den offen dach da ist die mutter ach so du hast dich schon gekillt die knarre ist schon ganz geil mit dem zielfernrohr jetzt habe ich aber daneben geschossen mach sie tot alter das war aber keine gute arbeit von mir hier eben da ein paar ein bisschen munition reinhauen da ich muss aber erst mal klar kommen hier in meiner kleinen welt war gucken ja erst mal drücken war eh damit wir wieder klar klar sicht haben da wird's blut blau 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 blüte entziehen also was schneller wollte ein ach das ist schon wieder so eine mama nicht mehr da ist es drin kommt man da rein ich war hier irgendwie hier ist eine tür die ist aber verriegelt man gucke ich mal von der anderen ach hier ist ein tor ach du bist ja schon sogar schon drin na klar dann gehen wir mal die leiter hoch hier die die da war es irgendwie nicht von da komme ich ach so du warst schon um weiter bis auf linker flinker flitzer ich habe keine ahnung wo es ist ja ist ja wirklich komisch warte mal es ist hier außerhalb irgendwie geht es da noch weiter höher hier geht es runter hier ist irgendwie stroh warte mal kann ich das ist das vielleicht ich glaube dass es hinter dem stroh oder kann ich das anzünden ich habe gar nicht so er ist dann merkwürdig also das sieht so aus als wenn das hier oben ist ach das ist hier draußen ach so echt man 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 das mal klar so jetzt ist hier frieden ja da müssen wir jetzt ganz woanders hier hinten können wir lang noch kletter mal da mal rüber ja mal schräg rüber ja mal gut dass wir den weg gemacht haben weil der zündet uns wieder die füße an was für liebevolle geräusche richtig vertrauensselig da würde ich abends richtig gut einschlafen können wenn ich das hören würde heute sind aber ich dachte die werden dann dran das dauert ja war es sicher kommen jetzt wird es jetzt wird es langsam langsam wird es interessant aber es ist wirklich ungewohnt der läuft langsam also wenn man das von remmen from the ashes gewohnt ist das echt langsam hier ja es ist super langsam könnten sie eigentlich noch ein bisschen beschleunigen oder es liegt ja an unseren skill dass wir hier mit so alten kläffern rumlaufen ach so da sind die wuff wuff ja hier ist das rätsel jawohl gelöst das nächste ist jetzt hier hinter und dann gerade aus oh was ist das denn ach ein zombie im wasser oder was oh nein ich muss ja eher drücken die müssen auch mal baden oh nein das ist ja wieder die mutti ach die mama mama melone ist es schon tot ja ja das ist durch die durch das wasser schon leicht angeweicht oder so hier gibt es munition nach mir doch wollen hammer will ich nicht haben scheiße jetzt kommt wieder das wasser eh hauptsache da kommt keiner oh ich hasse das geradeaus schön durchs feld hier können wir uns unterwegs popcorn machen genau das wäre ja geil schön mit molotow rein ja oh ist es gleich hier hinter ach hör auf dann wird das hier sein ne lalalalalala hier ist es so dann lösen wir das mal schnell zack gelöst und wieder raus so dann kannst du ja mal auf der karte gucken ähm ja ich habe rätsel habe ich gelöst ja da eigentlich wieder weiter hier lang ach so wir müssen noch eins lösen naja ach so oh shit ich dachte wir hätten schon drei gelöst das reicht aber du hast zwei von oben links musst du gucken da hast du zwei punkte von dem einen mhm rätsel und ein punkt von dem anderen ah ok ach warte mal ich messer die jetzt mal jetzt reicht genau weiter die animation ist aber auch noch ein bisschen überarbeitungswürdig echt der plumpste da so am boden da habe ich gedacht was macht er denn da so jetzt kommen wir in den dunklen wald gucken ob wir hänsel und gretel treffen oh das ist ja doch ziemlich nah auf einmal kapelle der schwarzen madonna oh ja es leuchtet oh da ist es ich werde mal niedergeschossen von allen ecken ja oh nein wir haben jetzt wieder nichts entdeckt naja naja oh ich habe rumgeballert stimmt ja ich kann leider noch nicht lokalisieren wo das herkam wäre natürlich geil wenn die einer auf einmal entgegen kommen du läufst geradeaus und die kommen dir entgegen das wäre auch geil das stimmt oh schon wieder wasser ich hasse wasser das ist ein richtiges trauma hier ja sei froh stell dir vor da gibt es diese parasiten die den pullermann hochgeschwimmen oh da ja die sind echt übel man 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 sie das im fernsehen gesehen habe also habe ich auch gedacht also ich will nicht überall urlaub machen oh sehr gut also nice shot oh pferdchen kam da eben irgendwas kam von links und es war oh ich höre höhere schüsse ist das hier in dem haus drin so was ja gucken wir ob wir da reinkommen ach so oh wir hatten mich da angeschossen hä schießt da wer ja ach du scheiße hast du schon lokalisiert wo die herkommen ja irgendwo äh bist du tot ja aber du kannst mich wieder äh du kannst mir ja wieder aufhelfen steht hier ja aber ich muss erstmal gucken ob die sind alter das war echt mega mies warte mal ich muss mal gucken ob ich meine hoffen na ich hab mein 7.1 mal gemacht weil das hat ja letztes Mal auch ganz gut funktioniert oh der ist mir richtig besorgt alter da sind voll die könner wir sind voll die amateure hier das sag ich dir 6 Meter 6 Meter bist du von mir entfernt ja 5 Meter und gleich bin ich tot 4 ja du kommst langsam näher ist ok naja äh früher war alles besser ja 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 ja